Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen jetzt gleich ins Training. Heute habe ich wieder zwei Gäste dabei. Noah kennt ihr schon. Dominik, stell dich mal kurz vor. Hi, ich bin Dominik Roswald, 23 Jahre alt, aktueller Weltmeister. In der Szene kennt man mich vielleicht. Ja, legen wir einfach los oder auf geht's. Also, wir sind jetzt im Prinzip um die Halbinsel gefahren und es ist mega cool hier, weil wir haben richtig viele Spots einfach entlang der Küste. Mama hat mich vergessen. So, Warm-Up ist fertig ohne Rad. Jetzt machen wir uns warm auf dem Rad und danach machen wir ein paar Lines. Schauen wir mal, wer heute der beste Training ist. Let's go! Also, wir machen jetzt Schnick, Schlack, Schnuck. Der Gewinner, der darf die erste Line machen, hat damit ein Urteil. Für es geht's. Nice! oh da ist zerro zerro auf mal kommt aaaaaaah alter verpisst dich Woohoo! Woohoo! Wow! Woohoo! 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 Also hier war das Problem für mich, mein guter Fuß ist rechts vorne, die beiden Jungs haben ja guter Fuß links vorne und dadurch, dass die Ecke hier recht eng ist, stehe ich hier quasi, wenn ich hier hoch springe, stehe ich hier mit meinem Pedal schon an und dadurch das Hindern ist für mich wahnsinnig schwer. Wir sind jetzt ein bisschen gnädig mit dem aktuellen Weltmeister. Ich würde einfach sagen, mal schauen, ob es jetzt klappt. Ja! Auf geht's, komm! Schade. So, jetzt sind wir in der letzten Sektion. Aktueller Zwischenstand, der Olli ist der Führende mit null Fehlerpunkte. Noah und ich sind gleich auf mit jeweils fünf Fehlerpunkte. Ja, jetzt ist meine Sektion. Ich habe natürlich mein Bestes gegeben, dass ich die beiden jetzt ausschalten kann. so, mal schauen, was die andere drauf habe. Ah, ein Tor vergessen. Scheiße! Leider ein Tor vergessen. Passiert. Schwierige Situation hier. Ähm, dieses Mal falsche Seite für mich. Ja. Auf den ersten Versuch, was zu schaffen, ist natürlich immer schwer. Ähm, jetzt müssen wir ehrlich gesagt überlegen, was wir machen. Domi und ich sind hier nämlich, ähm, jetzt beide auf Gleichstand unterwegs. Ich würde sagen, wenn er einfach die Weltmeisterplatzierung fertig macht. Äh, ne, ich würde sagen, das machen wir nicht. Noah wird jetzt eine Line machen mit sechs Hindernissen, wer im Prinzip die mit einer geringeren Punktzahl durch Wärter gewinnt. Noah! Noah! Also wir sind jetzt im Finale, deswegen legen wir jetzt richtig los. Ich zeig die Sektion. Ja, ich hoffe, es wird ein gutes Battle. Ja. 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 also lief jetzt nicht ganz optimal so gut durchgefahren hier viele versuche gebraucht dann beim hinprallern mit dem pedal leicht den stein berührt aber mit einem fehlerpunkt kann ich leben ja leider hat der braller nicht geklappt oli hat gewonnen muss ich leider zugehebe gutes ding junge würde sagen war ein gutes match ich hoffe es hat euch gefallen ja wenn ihr mehr davon sehen wollt dann folgt auf jeden fall dominic noah und mir auf instagram abonniert auf jeden fall den kanal shoutout geht raus an unseren kameramann manuel kleinmann folgt ihm auch und ja seid gespannt auf coole projekte bis zum nächsten mal ja